Und da sind wir wieder zurück bei Star Wars and Knights of the Old Republic. Mission ist irgendwie abwesend, vielleicht solltest du mit dir reden. Mission! Nicht jetzt! Was denn? Oh, tut mir leid. Ich dachte gerade an Taris. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin dort aufgewachsen und jetzt einfach vernichtet. Oh, ich hab vergessen, dass sie traumatisiert ist. Malak wird für das, was er getan hat, bezahlen. Ja, ich weiß. Die Jedi haben Rewan getötet. Damit dürften Malaks Tage auch gezählt sein. Aber das lindert den Schmerz auch nicht. Hey, ich sage nicht, dass ich nicht weitermachen will. Es ist einfach... ein Schock, okay? Klar, ich wusste, dass die Sith böse sind. Aber die Realität ist wie ein Schlag ins Gesicht. Aber genau deshalb müssen wir Malak aufhalten, oder? Je länger ich über Taris nachkrüble, desto größer ist die Gefahr, dass noch ein Planet vernichtet wird. Darauf läuft's wohl hinaus. Also, mach dir um mich keine Sorgen. Und wenn du meine Hilfe gegen Malak oder die Sith brauchst, ich bin für dich da. Oh, okay. Gut. Dann nehmen wir die kleine traumatisierte Mission mal mit und gehen zum Rat. Und gucken mal, was die da von uns wollten oder von Bastila wollten oder was Bastila vom Rat wollte. Und vielleicht haben sie sicher schon entschieden, ob sie uns jetzt ausbilden werden oder nicht. Ne? Belaya läuft immer noch durch die Gegend und schnauzt wahrscheinlich wieder unschuldige Leute an. Na, guck mal, da stehen sie wieder alle. Bastila hat uns von einer äußerst ungewöhnlichen Entwicklung erzählt. Sie behauptet, sie und ihr hättet einen Traum geteilt. Eine Vision, die Malak und Rewan gemeinsam hier auf Dentuin in den alten Ruinen gezeigt hat. Ich hab geträumt, ja, aber da war sie nirgends. Wir kennen diese Ruinen schon lange, haben sie aber für einfache Begräbnisstätten gehalten. Vielleicht steckt aber doch mehr dahinter, wenn Rewan und Malak dort etwas gefunden haben. Äh, was? Woher kann Bastila wissen, dass wir den gleichen Traum hatten? Sie hat gesagt, sie hätte eure Anwesenheit in ihrem Traum gespürt. Eine Präsenz, die sie in euch gespürt hat... Master Vandar. ...die sie in euch seit Tares gespürt hat. Etwas derartiges ist nichts Ungewöhnliches bei zwei Personen, in denen die Macht stark ist. Bastila hat den gemeinsamen Traum dem Rat sehr detailliert beschrieben. Es ist mehr als ein Traum. Es ist eine Vision gewesen. Die Macht wirkt durch euch und durch Bastila. Habe ich jetzt Vision? Ihr und Bastila teilt ein starkes Band miteinander und mit der Macht. Das kommt nicht selten vor. Oft bildet sich so ein Band zwischen Meister und Schüler. Doch es kommt nur äußerst selten vor, dass es so schnell geschieht. Welche Gefahren auch noch vor uns liegen mögen. Wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass das Schicksal euch und Bastila gemeinsam hierher zu uns gebracht hat. Wollt ihr sagen, dass ich mit ihr verbunden bin? Ihr zwei seid verbunden. Euer Schicksal ist eines. Hättest einfach Ja sagen können. Gemeinsam könntet ihr in der Lage sein, Darth Malak und die Sith aufzuhalten. Doch ihr dürft euren Verstand nicht durch Vorstellungen von Ruhm und Macht vernebeln lassen. Derartige Gedanken führen euch auf die dunkle Seite. Ihr müsst lernen, dass der helle Weg lang und mühsam ist. Seid ihr bereit, zahllose Entbehrungen auf euch zu nehmen? Ja, ich bin bereit, was auch immer auf mich wartet. Ihr müsst wissen, dass weder euch noch uns in dieser Angelegenheit eine Wahl bleibt. Die Reihen der Jedi lichten sich überall in der Galaxis. Wir haben viele Jedi ausgeschickt, um Malaks Eroberungen ein Ende zu setzen. Viele sind nicht zurückgekehrt. Die Sith jagen die Jedi wie Tiere. Sie locken sie in Hinterhalte und morden unsere Brüder und Schwestern, wo immer sie ihrer habhaft werden. Wir fürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie unser verstecktes Refugium hier entdecken. Andere Jedi sind bereits gefallen und haben die dunkle Seite in ihren Herzen willkommen geheißen. Sie haben den Sith und Malak, ihrem dunklen Lord, die Treue geschworen. Ich könnte dir auch die ganze Zeit eiskalt lügen. Was, Jedi ergeben sich der dunklen Seite? Es ist schwer, sich den Verlockungen der dunklen Seite zu widersetzen. Malaks Macht wächst mit jedem Planeten, der von seinen Armeen erobert wird. Wenn Malak nicht aufgehalten wird, wird die Republik fallen. Die Jedi werden gejagt und ausgelöscht. Die Galaxis wird in ein dunkles Zeitalter der Tyrannei stürzen, wie wir es schon seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen haben. Der Rat hat bestimmt, dass ihr und Bastila die alten Ruinen untersuchen müsst, von denen ihr geträumt habt. Sobald der Rat der Ansicht ist, dass ihr dazu bereit seid. Vielleicht findet ihr dort einen Hinweis, eine Erklärung, wie Rewan und Malak verdorben wurden. Und vielleicht findet ihr dort auch einen Weg, sie zu stoppen. Ähm, ich bin jetzt bereit. Ich nehme den Auftrag an. Die Macht ist in euch stärker als in allen Studenten, die wir bisher sahen. Doch ihr seid stur und eigensinnig, eine gefährliche Kombination. Bevor wir euch ausschicken, die Ruinen zu untersuchen, müsst ihr in den Lehren der Jedi ausgebildet werden, damit ihr der Dunkelheit widerstehen könnt, die in euch schlummert. Ja, die in uns allen schlummert. Würdet ihr überhastet dorthin aufbrechen, werdet ihr zum Scheitern verurteilt. Hm, okay. Wie ihr wünscht, Master Wanda. Wir müssen sofort mit eurer Ausbildung beginnen. Auf euren Schultern lastet eine Bestimmung. Ihr müsst auf sie vorbereitet sein. Das Schicksal der Galaxis hängt von euch ab. Ich kann nur hoffen, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid. Der Pfad, den ihr gewählt habt, ist schwierig. Intensives Training wird euch körperlich darauf vorbereiten. Mit Meditation werdet ihr lernen, die Kraft eurer Macht in die richtigen Bahnen zu lenken. Um die Wege der Jedi vollständig zu verstehen, müsst ihr euren Geist für das Wissen öffnen. Sucht die Weisheit in der Lehre der großen Meister des Ordens. Ein Jedi ist niemals allein. Andere Mitglieder des Ordens stehen euch immer zur Seite. Ein besonderes Band verbindet euch mit Bastila. Zögert nicht, euch an sie zu wenden, wenn ihr Hilfe braucht. Die Olde da rennt immer noch im Kreis. Das Leben eines Jedi birgt Schwierigkeiten und erfordert hohe Disziplin. Aber obwohl ihr nur ein Schüler seid, ist euer Potenzial grenzenlos. Und euer Fortschritt ist unglaublich. Jetzt schweben hier schon die Stühle, ne? Ich habe niemals jemanden gesehen, der das Grundtraining so schnell gemeistert hat wie ihr. Ihr habt in ein paar Wochen das gelernt, was andere in Jahren nicht lernen. Ich fühle mich geehrt, euch hiermit im Orden der Jedi willkommen zu heißen. Bald wird eure Zeit als Schüler enden. Dann werdet ihr zum Padawan. Ihr gehört damit zum Jedi-Orden. Habt aber noch den niedrigsten Rang inne. Doch zuerst müsst ihr euch als würdig erweisen. Und wie kann ich mich als würdiger weisen? Gemäß den Traditionen und Bräuchen des Ordens, die von Meister an Schüler seit tausend Generationen weitergegeben werden, müsst ihr drei Tests bestehen, bevor ihr von den Jedi aufgenommen werdet. Und was sind das für Prüfungen? Diese Tests sollen beweisen, dass ihr die Ausbildung, die man euch gegeben hat, sowohl geistig als auch körperlich verinnerlicht habt. Sobald ihr die Tests bestanden habt, werdet ihr nicht mehr Schüler sein, sondern Padawan und damit zu den Jedi gehören. Zuerst werde ich euch über euer Wissen des Jedi-Kodexes befragen. Diese Grundsätze müssen all eure Taten leiten. Bei allem, was ihr tut, müsst ihr euch ihrer Weisheit bewusst sein. Ihr müsst unseren Kodex lernen, bevor wir euch prüfen. Unterhaltet euch mit den anderen Jedi der Enklave und kommt zu mir zurück, wenn ihr mehr wisst. Okay, ich glaub, wir können es mehrmals probieren. Und ich kenn den Kodex zwar nicht auswendig, aber ungefähr. Seid mir gegrüßt, Schüler. Euer bisheriger Fortschritt war erstaunlich. Seid ihr hier, um eure Ausbildung auf dem Pfad des Jedi fortzusetzen? Ähm, ja, ich bin bereit. Bald wird eure Zeit als Schüler gemäßt in... Ja, das hatten wir schon. Ich bin für die Prüfung bereit. Diese Tests sollen zuerst... Ihr müsst nun beweisen, dass ihr den Kodex als Jedi versteht, indem ihr die Lehrsätze des Ordens vollendet. Es gibt keine Gefühle... Ach du Scheiße. Ähm, es gibt Gelassenheit. Das stimmt nicht, Schüler. Es ist keine Schande. Okay, okay, okay. Ich weiß, es ist immer, es gibt kein... Es gibt nur... Und am Ende heißt es, es gibt keinen Tod, es gibt nur die Macht. Das ist das Letzte, das weiß ich. Das glaub ich, dass ich das weiß. Äh, es gibt keine Gefühle, es gibt Harmonie, Frieden. Okay, ich rede mit den anderen. Dann machen wir es halt doch so, wie es Spiel es will. Hey, kann mir jemand den Jedi-Kodex beibringen? Ah, ihr streift also durch die Räume und Gänge unserer Enklave, obwohl ihr doch eifrig beim Studium eurer Lektionen sein solltet. Ich möchte mir über den Jedi-Kodex erfahren. Ihr kennt den Jedi-Kodex nicht? Ohne das Wissen um diese Doktrinen ist all eure Ausbildung umsonst. Quengel mich nicht an, bring ihn mir bei. Seine Lehren stellen die fundamentale Grundlage unseres Ordens an. Richtig, und deshalb komme ich zu dir, damit du ihn mir beibringst. Nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Ihr müsst diese Wahrheiten verinnerlichen, Schüler. Oder wir werden es noch alle bedauern, dass wir euch in den Orden aufgenommen haben. Okay, 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 lass mich jetzt zurück, ich muss mir das merken. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Das heißt, es ist nur Frieden und nicht Gelassenheit. Gelassenheit ist es bei Leidenschaft. Okay. Ja, ja, ich bin bereit. Ja, ich bin immer noch bereit, immer noch bereit. Es gibt keine Gefühle. Es gibt, ich habe es doch gerade noch gesagt, es gibt Frieden. Es gibt keine Unwissenheit. Es gibt Wissen. Es gibt keine Leidenschaft. Es gibt Gelassenheit. Es gibt kein Chaos. Keine Ahnung, scheiße. Es gibt Harmonie. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur die Macht. Ihr habt eure Lektion gelernt, Schüler. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr zu einem vollen Mitglied unseres Ordens werdet. Doch zuerst müsst ihr die zweite Prüfung bestehen und mehr über den wertvollsten Besitz eines Jedi lernen. Das Symbol unseres Ordens. Das Laserschwert. Muss ich jetzt in eine Höhle und die Schwert bauen? Das Laserschwert ist in unserem Orden eine traditionelle Waffe. Es ist ein Symbol der Fertigkeiten, der Entschlossenheit und der Autorität eines Jedi. Jedes Laserschwert ist so einzigartig wie der Jedi, der es führt. Die Klinge besteht aus reiner Energie, die durch polierte Kristalle im Heft fokussiert wird. Der zweite Test besteht darin, dass der Jedi sein Laserschwert mit eigenen Händen fertigt. Ich muss aber nicht in eine Höhle, oder? Sprecht mit Master Dorak. Er wird euch erklären, wie ihr einen Kristall auswählt. Okay. Danke. Master Dorak, da ist er. Ah, ihr seid also auf Geheiß von Master Zar gekommen, junger Schüler. Ihr seht Großes in euch. Genau wie ich. Es ist an der Zeit, dass ihr die Farbe eures Laserschwertes wählt. Diese Farbe spiegelt zugleich eure Haltung und eure Position innerhalb des Ordens wieder. Und welche Farben gibt es? Blau ist die Farbe der Jedi-Hüter. Diese Jedi kämpfen gegen die Mächte des Bösen und der dunklen Seite. Sie legen ihren Schwerpunkt auf das Kampftraining und den Gebrauch der Laserschwerter. Gelb ist die Farbe der Jedi-Wächter. Sie verfolgen Unrecht und Verrat und bringen sie ans Licht. Sie legen weniger Wert auf ihr Kampftraining als auf andere Fähigkeiten. Grün ist die Farbe der Jedi-Gesandten. Sie versuchen das Universum im Gleichgewicht zu halten, verhandeln und vermitteln zwischen anderen Gruppen. Sie benutzen ihre Macht, um Konflikte zu beenden und den Frieden zu wahren. Okay, wenn ich mich noch richtig erinnere und mich jetzt nicht total irre, dann ist die beste Kombination die Möglichkeit, jetzt den Hüter zu wählen. Also ich habe am Anfang die Fähigkeiten aufgebaut, die ich brauche. Und jetzt haue ich den Rest durch den Jedi-Hüter quasi in Kampftraining. Ich hoffe, ich verskelle mich nicht kolossal, sonst müssen wir das irgendwie korrigieren. Aber ich möchte ein Jedi-Hüter werden. So, so. Nun, wir werden sehen. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen und eure Antworten werden uns verraten, zu welchem Pfad ihr am ehesten neigt. Oh Gott, das muss ich auch noch... Eine Frau mit einem kleinen Kind wird von einer Horde bewaffneter Banditen bedroht. Und sie schreit um Hilfe. Was tut ihr? Ähm, muss ich das jetzt wirklich so beantworten, wie es ein Hüter tun würde? Die Schläger aufhalten und herausfinden, warum sie sie angreift. Und ich weiß jetzt nicht... Ach, scheiße, ich beantworte das jetzt einfach so, wie ich es wirklich beantworten würde. Ähm, ich würde... Sie wird nur bedroht und schreit um Hilfe. Ich würde versuchen, rauszufinden, was los ist. Ah ja. Gut, dann weiter mit der nächsten Frage. Es gibt sowas von kleinen Hüter. Ihr kämpft gegen einen dunklen Jedi, der sich mit den Sith verbündet hat. Es gibt eine kurze Kampfpause. Was tut ihr? Erstmal an Snickers. Ähm... Warum in der dunklen Seite erlegen ist, versuche ihn zurückzuholen. Das klappt doch nie. Ich würde versuchen, nur Schwächen seiner Technik zu erkennen. Ja, das dachte ich mir schon. Nun zur nächsten Frage. Ihr steht vor einer verschlossenen Tür. Euer Ziel befindet sich dahinter. Was tut ihr? Tür knacken. Ja, Schloss knacken. Ich glaube, da zeichnet sich langsam ein Muster ab. Ich denke, ich weiß schon, welcher Weg für euch der richtige ist. Aber zunächst noch die letzte Frage. Ihr leitet eine Enklave auf einer umkämpften Welt. Die dunklen Jedi haben die Welt infiltriert und stiften Unruhe. Was tut ihr? Ähm... Eine Falle locken. Ja, das dachte ich mir schon. Wie ich vermutet habe, eignet ihr euch am besten für den Weg des Jedi-Wächters. Welche Farbe und welcher Lebensweg würde wohl am besten zu euch passen, Schüler? Uh, okay. Also, ich würde... Der Weg des Jedi-Hüters. Hier habt ihr einen blauen Kristall für euer Laserschwert. Geht noch einmal zu Master Zar. Er wird euch erklären, wie man ihn einbaut. Ich glaube, man kann später auch die Farbe ändern. Huch! Nein! Hallo, ich wollte nicht skillen. Ah, gut, ich bin... Ah, okay, ich habe jetzt... Oh. Huch, okay. Gut, das heißt... Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich keinen Modifikator. Ich gehe in Geschicklichkeit. Das hat bei Bastila ja auch funktioniert. Dann haben wir zwei Punkte, zwei Fähigkeitenpunkte, aber wir haben halt schon echt... Wow, ne? Ähm... Bewusstsein. Wir brauchen jetzt nicht mehr so viele Punkte. Und Sprengstoff. Talente. Wir können das Laserschwerter benutzen, haben Jedi-Verteidigung, den Machtsprung, die Jedi-Sinne und die Machtempfänglichkeit. Ich gucke gerade mal ganz kurz, was das alles ist. Ähm... Jedi-Verteidigung. Dieses Talent ermöglicht einem Jedi, mit dem Laserschwert Blasenschuss abzuwehren. Ne? Das ist das, was Bastila immer macht. Der Machtsprung. Genau. Attackiert der Jedi, ein Gegner in Reichweite mit seinem Laserschwert, kann er den Abstand zu seinem Widersachen mit mehreren Sprüngen und Rollen in Sekundenbruchteilen überwinden. Dieses Talent wird automatisch eingesetzt, wenn der Jedi ein Laserschwert in der Hand hält und einen Gegner in mehr als 10 Meter Entfernung mit einem Standard-Nahkampf-Angriff attackiert. Allerdings darf nichts die Sicht auf den Gegner versperren. Hinweis, der Einsatz eines Talents oder eines Spezielleingriffs hebt diese Fähigkeit auf. Mega cool. Oh, ganz ehrlich, mega cool. Ähm, das können wir dann später noch verbessern. Und da kommt jemand heim, man hört die Tür. Aber dann würde ich doch jetzt behaupten, will ich auf zwei Laserschwerter? Ich werde erstmal den Kampf mit einem Laserschwert vernünftig hinkriegen, vermute ich. Okay. Ja, hier. Okay. Kräfte. Ähm. Kurieren. Ich habe zwei Punkte, ne? Ich kann mir jetzt hier zwei Machtkräfte aussuchen. Heilen ist halt schon echt gut. Macht Aura. Ah, Geist verändern, genau. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Definitiv. Und das könnte man dann direkt auf Geist kontrollieren. Genau. Das ist halt das Einzige, was wir machen können. Das heißt, ich würde das... Ja, es ist zwar ein reines Dialog-Talent, aber es ist so gut. Okay, und wir haben hier direkt nochmal Level Up. Das heißt... So. Da haben wir zwei Punkte. Die gehen... Überreden brauchen wir jetzt nicht mehr. Hätte ich gar nicht so hoch skillen müssen, wenn ich... Egal. Bewusstsein. Immer nochmal... Sicherheit. Und Bewusstsein. Bewusstsein braucht man immer. Kräfte. Da dürfen wir jetzt auch mal eine aussuchen. Ich gehe mal noch auf Betäuben. Weil Betäuben schon ziemlich cool ist. Okay. Verdammt, wir hätten tatsächlich nur ein Level Up noch. Nein! Ich kann jetzt hier die ganzen geilen, coolen Punkte direkt verteilen, aber leider, leider nicht. Na gut, dann zurück. Und was muss ich denn machen, um mein Laserschwert zu bauen? Na gut. Jetzt, da ihr euren Kristall ausgewählt habt, wollen wir mit dem Bau eures Laserschwertes beginnen. Ja. Ah, cool. Okay, das ist der Kristall Blau. Ich könnte auch noch andere. Das ist wirklich nur die Farbe. Also das hat keinen Einfluss. Hier haben wir leider nichts. Und da haben wir leider auch nichts. Dann bauen wir es halt mal zusammen. Oh, ich habe einen Laser. Ich bin ein Jedi. Guck mal, Kat, ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Ja, meins. Und ich kann die Kristalle auf den Twin finden. Doch es ist nur ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob etwas Wahres daran ist. Aber erst müsst ihr lernen, mit eurem Laserschwert umzugehen. Seid vorsichtig, wenn ihr es zieht. Euer Laserschwert identifiziert euch als Mitglied des Jedi-Ordens. Viele werden euch ehren und respektieren. Aber gleichzeitig werdet ihr auch von gefährlichen Feinden erkannt. Die Sith und die dunklen Jedi werden versuchen, euch zu zerstören, Schüler. Und ihr müsst euch im Kampf gegen einen Feind, der ebenfalls ein Laserschwert trägt, würdig erweisen. Seid ihr bereit für die letzte Herausforderung, Schüler? Jawohl, ich bin bereit, mich in der dritten Prüfung zu stellen. Jeder Jedi muss stets mit der Bedrohung durch die dunkle Seite leben. Ihr müsst das wirklich verstehen, bevor euch der Orden aufnimmt. Ihr müsst die Korruption der dunklen Seite mit eigenen Augen sehen. Selbst hier auf Dantoin gibt es Orte, an denen die dunkle Seite herrscht. Dort verdirbt und verdreht sie die Natur selbst. Im Südosten ist ein uralter Hain, der von den Jedi zur Meditation genutzt wurde. Doch der Hain ist jetzt verdorben. Und eine Aura aus Dunkelheit umgibt die Gegend rund um den Hain. Die Kahrshunde in der Gegend sind wild und rastlos geworden. Sie sind jetzt eine Bedrohung für die Siedler. Eine Bedrohung, die zu beseitigen wir Jedi versprochen haben. Und deswegen muss ich's machen. Ähm, was soll ich also tun, Master Zar? Die Kahrshunde sind natürlich nur ein Symptom für die wirklichen Probleme. Ihr müsst in den Hain gehen und euch der wahren Quelle der Dunkelheit gegenüberstellen. Das ist eure Aufgabe. Könnt ihr mir nicht noch mehr Rat geben? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Manche Dinge müsst ihr selbst erfahren. Keiner der anderen Jedi in der Akademie darf euch bei dieser Aufgabe helfen. Doch denkt an eines Schüler. Ein Jedi agiert mit Geduld und Umsicht. Jene, die auf dem dunklen Pfad wandern, sind nicht für immer verloren. Der alte Hain ist noch immer von der dunklen Seite verdorben. Wir können mit eurer Ausbildung nicht fortfahren, solange die Ausbreitung der dunklen Seite nicht aufgehalten wurde. Das ist eure Aufgabe, Schüler. Möge die Macht mit euch sein. Okay, und das werden wir auch machen. Aber nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020